Baby, das war sexy. Das war sehr schön. Ich hätte hier noch eine Stunde sitzen können und weitergucken. Machst du dich schon an? Ja. Okay, jetzt noch die Vorbereitung hier. Ja, ist die Pre-Show aktuell noch. Das Logo auf dem Stuhl ist das ein neuer Druck für den Merch. Das Shirt ist... Street Fighter 6 showed up for this. The Pre-Show is good. So, let's get it started. We're talking about Day of the Diver first, who's had some fun and unpredictable collaborations already this year. But he's not done yet. Let's see what Dave's getting into next. Oh. Ein Update dafür. Hast du gespielt? Nein, ich spiele nichts mehr von Nexon. Oh, okay. Hup, ein Hype Train nähert sich. Was willst du denn von mir? Hey, was willst du von mir? Day of the Diver war wirklich gut. Bis auf den Front. Haben sehr viele sehr gefeiert, ja. Ja. Oh, Bella True. Hat auch so viele Rekorde gebrochen. Oh. Das ist cool. Das Kartenspiel, wo bist du denn gerade? Na, Colab. Zwischen Dave the Diver und Bella True. Ach so. Jetzt Potion Craft? Sind wir synchron? Ich glaube nicht, du bist vor mir. Okay. Aktuelles Signal? Ja. Gut, dass wir jetzt noch gucken. Hä? Okay, Potion Craft. If you're just joining us here at the Pre-Show, you're still relatively early. You only missed one trailer so far. And our next one is for a brand new game in a storied franchise, well known for its depiction of long distance relationships. Und jetzt kommt hier ein neues Spiel, ne? Oh. Ich dachte kurz, das wäre eine Videoaufnahme. Krass. Aber keine Headshot. Oh, Sniper. Allied forces are preparing to drive the Nazis out of France and they're desperate to turn the tide of war back in their favor. The French resistance have uncovered a rumor of a secret weapon so ruthless, so severe. It could make it impossible to reclaim France. This point can't ignore them. Is this Sniper Elite? 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 Wiss ich nicht. Ich guck da immer... Ich hab die noch nie selber gefühlt. Ich guck da immer zu wie... Slow-Mo mit Eier. Mmh. Scheiße. Yo. Okay. Krass. War das grad... War das grad so'n Drop nebenbei? War das grad so'n Drop nebenbei? War das jetzt einfach in der Pre-Show einfach was rausgedroppt? Up next a brand new trailer für Begon Beasts. War nicht angekündigt. Krass. Beware of the ghosts. Ich find wir hatten den besseren Sprecher. Oh, hatten wir das ja. Mmh. Aber wir hätten den noch immer überquatscht. Den, dem englischen... Ne, ehrlich gesagt nicht. Ich guck da immer in Chat. Oh, das ist ja süß. Der Frosch ist cool. Ähm. Wo kommt Blut raus? Warum kommen kanadische Flatten? Ich hab keine Ahnung. Dürfen die da rein? Ähm. Aber die fassen sich alle an. Nee. What up? Fabio. Fabio. Fabio Döner. Das ist ja Fabio Döner. Das ist doch. Aber ich an den Schuhner kann. Warum schreien die? Okay, ich würde auch schreien. Was sind die Emotes? Ich hab keine Ahnung. Warum die Emotes? Sieht aber cool aus. Sieht aber cool aus. Sieht aber cool aus. Begunst. Okay. Ach, ist das irgendwas, was ich hier... Ne, ist auch kein Stream-Overlay, was ich ausschalten kann. Oh nein. Äh. Sollen wir auf YouTube wechseln vielleicht? Kann das sein, dass das vielleicht vom Twitch-Channel ist, dass die da irgendwie Emotes reinschicken? Twitch-Emotes? Ja, aber ich kann's nicht ausstellen. Ja, ich geb mal auf YouTube rüber. Okay, komm her. Es ist Pre-Show, Leute. Wir switchen mal rüber, ja? Jep. Soll ich dir den Link wieder geben? Ja, gerne, wenn du grad da hast. Jep, 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 jep. Oh boy. Das darf doch nicht wahr sein. So schlimm ist die auch nicht, doch. Doch, die sind sehr schlimm. Wieso kann man die nicht ausstellen? Hab's dir geschickt? Ja, dankeschön. Zack. So. Well, on my account. When the water receded, it carried away everything we ever had. It also gave me a reason to stay. Truth is, we can't stop what's coming. The important thing is that we rebuild. Re-Build. Schon noch was für. Normen sind leiser, klar. Jetzt sind wir up to date. Ich glaube mittlerweile hat Twitch so viele Sachen eingefügt, die nerven, dass sich so viele daran gewöhnt haben, das einfach hinnehmen. Ganz im Ernst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht eigentlich nervt, wenn du es nicht gewohnt bist. Also ich lese hier, ja nervt, nervt voll, nervt, nervt. Okay. Kannst du es ausschalten? Also das war dieses Twitch-Feature. Oh, mit den Channel Points. Und... Vergiss nicht das Anklopfen noch auszuschalten bei dir, Funk. Oh Gott, du hast so recht, ja, ja, ja. Ja, ich muss auch noch machen. Boah, ist das ätzend. Ich versteh's, Luke. Hast du nicht auch an? Einstellungen... Wo ist denn das? Wo kann ich denn das ausstellen? Einstellungen bei Streamen einfach? Ich hab noch nicht geschaut, ich mach das nachher. Was macht das Anklopfen? Damit können Leute, denen du folgst, oder die dir folgen, oder wo man sie gegenseitig folgt, bei dir ins Stream... Ja, das muss man halt einstellen, ja, ja. Genau. Und die können dann bei dir ins Stream anklopfen und dich joinen in deinem Stream. Einfach so. Wie davor dieses Guest-Feature. Genau, genau. Nur, dass es ohne das Guest-Feature funktioniert, sondern einfach so. Ja, ja. Und das kannst du nicht ausstellen. Denn Twitch hat wieder was eingebaut, was du nicht ausstellen kannst. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Ja. Ich find die Features an sich, find ich die ganz cool, wenn du das machen möchtest. So für Freunde und so ist das schon okay. Aber dann mach es halt Opt-in, dass du das für selber einstellen kannst. Ja. Okay, ja, meine Freunde können wir joinen. Easy. Ich find's aber nicht bei mir. Ne, ich find's nicht. Ich kann doch mal gucken, den Link schicken, da kannst du den Trailer gucken. Ja genau, wie bei TikTok. Genau, 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 genau. So, das Spiel davor hab ich jetzt leider nicht gesehen, weil ich nach dem Feature gesucht hatte. Entschuldigung, aber es soll ganz gut ausgesehen haben. Das hätten wir, glaub ich, schon gesehen. Ich glaub auch, es kommt mir bekannt vor. Ja, 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 ja. Das ist, glaub ich, auf der Liste vom Summer Game Fest gewesen bei mir. Plump. Genau, das italienische Souls-like. Genau, genau, genau. Ich erinnere mich noch dran. Ne, ne, das Klopfen kann man nicht abschalten, man kann's nur einschränken, dass nur Favoriten klopfen kann und können und dann kann man die Favoriten bisschen leer lassen. Also ein Workaround quasi. Genau. A thousand words and tales worn as medals of a lord for a hero self-proclaimed. And what of you, trespassing, have you come to pride stone? Äh, Wukong spiel mir nach der Gamescore, äh, nach der, nach der Opening Night Live. Mmh. Mmh. Dann wird, äh, fangs am neuen Rechner checken. Yeah, baby! Ich kann nicht mehr. Oh, das wird schön. Ja! Oh, Musik wieder schön. Musik ist auch, Gaming Musik immer so schön geworden, ne? We all agree that this pre-show is going pretty good so far, but my primary duty here is to make you aware of and excited about the fact that Opening Night Live is minutes away. So here they are, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2024. Das ist alt. Ja. Gibt's schon lange nicht mehr. Großartige Seite war das. A new look at Call of Duty Black Ops 6. Number 9. An extended look at the gameplay of Dune Awakening. Mmh-hmm. Can I be honest with you for a second? I didn't really get Dune until the second movie, and now I think Dune is cool. Number 8. The tinge of king-like power you feel when dozens of big-budget games desperately beg you to wishlist them. Number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2024. News! from Marvel Rivals! Oh, we see it. 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 Because there's no way it's just another super-long cutscene. At some point they're gonna have to show what it's like to play this game. That's good! Like, what button is the whip? Number 5. The reveal of Tarsier Studios' next game. Yeah, geil. Here's the story with this one. So, Tarsier Studios, who made the Little Nightmares games. A few weeks ago, they put out this terrifying teaser with, like, this sliced open giant happy pig. And then it just says, worldwide game reveal, Gamescom ONL. And that makes me curious. I don't even know what this is. Number 4 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2024. 50-50 shot Sam Lake shows up with a new dance. Just to be clear here, he is not scheduled to appear. But, you always feel like there's a chance. Number 3. The first gameplay of Civilization 7. Number 2. An update on Monster Hunter Wilds. Officially we're just calling this an update, but there's no way it's just gonna be somebody talking. I promise it's gonna be nice. And, the number one reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2024 is... Fung and Funk! It is always nice to hear a room full of people cheer and be happy about video games. Almost always. But, before we can get to any of that, there's still plenty of pre-show to go. Next up, from the studio behind Fury and Haven, here's a brand new trailer for K. Oh, I hear grad so viel Fury rauf und runter. Ja, man. Das hat man schon gesehen, ne? Oh, das Kletterspiel. Ja, das Kletterspiel mit den Beinen. Genau. Aber es ist ein neuer Trailer jetzt. Oh ja, man sieht's auch direkt. Oh Gott. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da sieht aber sehr gut aus, die Bewegung. Hm. Aber ist überhaupt nicht mein Spiel. Ich krieg' Zustellen, wenn ich nur zugucke. Oh. Oh Gott. Oh, das zittern. Brausam. Weil du nicht mehr länger halten kannst. Das ist so gut, aber gleichzeitig auch so schlimm. Oh, wie gut. Das ist ne coole Idee. Und man muss also auch seinen Rucksack organisieren und wahrscheinlich auch das Gewicht niedrig es sieht so interessant aus aber ich glaube ich ich glaube das nix das nächste ist cool you're gonna see a mysterious trailer for an unannounced game and then immediately after that i have an interview with that game's developer so first here's this david willet david willet how long has it been david willet five days farming six for me i need to get up but no matter how much i sleep i still feel tired maybe it's because the nights here feel unsettling i've decided that this abandoned farm will be the place where i die what but until then that leaves me with every pressing question warum entscheidet man sich dafür die time auf dem land zu leben und da zu sterben also da sterben zu wollen oh bei mir freest du gerade das werde ich sowas von spielen das werde ich sowas von nicht spielen das werde ich sowas von spielen we'll see what winter brings we harvest shadows after the harvest we harvest shadows is officially i call it a first-person farming horror allegory and it's because i wanted to do a lot of weird things with this game but i wanted to make a beautiful horror game it's very personal story-wise i call it anti-cozy anti-cozy us we you know we had a hard time during the pandemic and you know like animal crossing like that saved my my life extremely cozy yes extremely cozy and i was like i wonder if we can take this type of gameplay which is relaxing and twist it in an unusual way to make a gameplay experience that's so i want this game to be relaxing but i also want it to be terrifying so i think an interesting part of that trailer is when you get your first objective on that notepad and it just says leave house which seems like a simple thing but i'm wondering in the game itself is it's going to be a mechanically difficult thing to do uh you know i don't want to spoil anything but in the trailer i wanted to show that the show this main character his mental state and how his capacity is different and maybe sometimes we want to judge people that like oh they can't leave the house what's the big deal but i've had days like that where that's the hardest thing in the world and i wanted these mental hurdles to become real like they're figurative challenges but they become like literal challenges and sometimes literal demons in the game i've i've been there where leave house is a difficult objective of the day i've been there yep me too i get that what is something from that trailer you hope people didn't miss there is like some hidden things there might be some yeah there might be some eagle-eyed viewers but a big theme of the game is that he feel he wants to be alone forever right but he's actually being watched at all times and so in the trailer there's a lot of hidden faces scary things looking at him so maybe people can go back and see if they can find him oh thank you so much for joining us have a great games thank you so much for having me thanks again to david for taking the time to do this and bringing the vibes back up and i think now is as good a time as any for a super scary trailer with biblical undertones oh god oh yeah grüne augen so biblisch baby oh anna porna ne 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 das sah aus wie anna porna sah ein bisschen so aus die hände sind so groß true horror often doesn't present itself in the way we expect or desire oh stand jeez but i will reveal to you the real horror ah was ah was zum tollen oh gott es will ach die hp heilung regeneriert das ist da weg das gut aber trotzdem furchtbar aber verschiedene zeiten oh mein gott alles gut hab ich nicht erschrocken das ist ich fühle mich gerade wie bei outlast eila oh shiit ich wollte auch weniger nicht umdrehen okay nee oh und jetzt nochmal umdrehen sie war sympathisch schönes spiel sie war schönes spiel next up is a trailer that works better if i don't even set it up so here's a good ist es denn etwa pito hinten ist das bild was was oh warte mal ist das etwa tobi ist das tobi ne wir haben noch das game gespielt im weltraum und da waren genau diese werbespots auch ich dachte das wäre ein feiner teil davon das ist doch das ist wie journey feiert ja man es ist journey tobi space god danke für 100 monate man danke dir revenge of the savage planet geil xbox live stream gameplay next up we've got inzoi which is a new life sim game hey inzoi it's like the sims but more beautiful if you are interested in getting a head start out wolf im teller was ja wolf und daneben nefarpito aus hunter hunter insoi let's play können grad schon gucken auf den grond channel ne wenn er wenn er Lust hat ich hab schon wieder einen freeze ja den hatten wir glaube ich alle bei dem wasser blob ok ja dann hab ich beruhigt ich bin zeit die meinung von mir ist jetzt eventuell doof ja aber ich mag es gerade weil du in sims sachen machen kannst die halt nicht realistisch sind und das ist mir zu real aber das kannst du da auch bei insoi also ich spiel grad frikadeller und tränen und machen auch fragwürdige dinge ja weil bisher hatte ich nur so ultra realistische sachen gesehen die ich also cool finde in dem spiel mhm aber für den swimmingpool bauen und dann die leiter abbauen wenn eine person drin schwimmt das hast du bei sims in den trailer das war bei sims aber auch nicht in den trailern drin das weißt du ne ja ok da geb ich dir jetzt auch wieder recht da geb ich dir auch wieder recht einzul für dich schweinepack mal gucken was da reinkommt ich bin selber sehr gespannt ich will aber dass es gut wird der wird von jeder attacke getroffen also wirst du nachher auch nicht kommentieren ist das ziel das spiel zu sterben oder verstehe ich es gerade falsch frank du wirst dich nachher hassen das weißt du ne nein 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 guck mal mal schauen wie es läuft es läuft bestimmt super es hält mir nein wirst du schon hinkriegen ja ich werde dich ich werde dich anfeuern wow wow hm ich weiß auch überhaupt nicht was es ist ein spiel man kann sterben in dem spiel wir sind wieder zurück back to the gamescom opening night live 2024 pre-show where we are getting people excited for a big night of video game trailers by showing you more and more game trailers and next up is another brand new game announcement i've always wanted to fly the joy of it the freedom of it to just take your life in your hands and soar i think that's in us all isn't it at least that's what my dad taught me Ähm... Weltraum-Horror? No Man's Guy für dich? Hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm... Starfeed-Glizid Aber das kann nicht sein... Das kann nicht sein... Der Charakter hat Emotionen, das ist nicht... Das muss was anderes sagen... Ich würde verbessern... Hä? Oh. Direktiv 80-20? Dark Pictures? Ist der Entzoll Trailer? Oder wie ich glaube. Das sah gut aus. Oh, okay. Das sah gut aus. Oh, okay. Das sah gut aus. Hier ist die Street Fighter VI Terry Bogard-Gameplay-Reveal. Daigo? Daigo, genau. Und dann den aus diesem Jahr. Das ist unglaublich. Wenn man auch nur einmal nen Beat'em abgesehen hat, dann sieht diesen Daigo-Moment, wie der alles perfekt blockt. Im perfekten Zeitpunkt. Im letzten bisschen Leben. Und dann die Situation umdreht. Es ist so krass. Daigo Umohara heißt der Typ, der das gemacht hat. Und dieses Jahr, ich weiß nicht wie er heißt, aber das ist der Daigo-Moment 37. Oder Ebel-Moment 37, genau. Ich hab's mir mal aufgestellt. Ist es so laut? Das ist so krass. Der Trailer ist zu laut. Warte mal, die Leute beschweren sich immer und immer alles. Wir haben gerade ein Privatgespräch geführt, Leute. Ja, das war nur zwischen Funk und mir. Ich hab den Trailer extra laut gemacht, damit wir mal ungestört sein können. Dankeschön für über 100 Monate Grund. Vielen lieben Tag. Vielen lieben Tag. Oha. So, Kinder, raus ausm Raum. Hatten wir schon davor. Sind die schon weg? Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Chef Keeley! Sind die da? Die sitzt da irgendwo gerade, mit Dennis. Ich musste so lachen bei den Bild. Wert, mehr wert. Ich hab so gelacht. Ich hab so laut gelacht. was auch so dumm ist, Alter. Ja. Oh. Guten Abend, Gamescom! Guten Abend, Jeff! Moin! Und hallo! Und hallo! Und hallo! To everyone watching around the world. This is Opening Night Live from beautiful Cologne, Germany. And we have our biggest live audience of fans ever here at Colmesse. Over 5,000 people together as a community to celebrate our love of games. And of course, millions of you watching online around the world, welcome. We have gathered for the grand kickoff to Gamescom, the world's biggest in-person video game event. And this is our sixth opening night live. Now tonight, for the first time, we have a live sign language stream of O&L to make the show even more accessible. Thank you to Kiborski, who's signing the show right now. Thank you, Kiborski. Cool. Warum hast du das nicht in deinem Stream fallen? Mein Zimmer ist nicht groß genug. Hm, okay. Der einzige Grund, ansonsten würde ich es jeden Tag machen. Sie wollten hier mit euch bei Gamescom sein. Und ich bin so stolz und dankbar, dass die Möglichkeit diese Spiele zu Ihnen presentieren. Civilization. Marvel Rivals. So, Gamescom. Since Civil Rights, wird der World Premiere? Ja, nicht bei der Gamescom. ISO wird nicht bei der Gamescom. Das wird... Mal gucken wo. Alright, hier ist unsere erste World Premiere. A brand-new Game Announcement. Und dieser hat es nicht geleaktet. Und es ist exklusiv. Hier. Oh. Oh, wie er sich freut darüber. Ja. Nicht geleakt, Baby. So. 2 von 2K. Hmm. Borderlands 4. Max Payne 4. Gearbox. Ey, 2K und Gearbox. Komm, gib mir Borderlands 4, 4, 4. Wär das nicht zu früh? Nein. Es ist nie zu früh für Borderlands 4, Baby. Oh. Das war Lilis gerade. Das war Lilis gerade. Maria. Zero. Uh. Oder? Nee. Okay. Ja, ich will's küssen. Will Liebe mitmachen. Geil. Was wird erfolgreicher? Borderlands 4 oder der Film? Ah, das ist... Oh, eine gute Frage. Beides ist bestimmt sehr gut. There you go. Alright. That's right. Borderlands 4 is coming in 2025. Es gab Gerüchte und alles klar, da ist es. Next up, October 25th, marks the release of Call of Duty Black Ops 6. To debut an extended look at the campaign gameplay, please welcome John Zuck and Catherine Anderson from Raven Software. Da klatsch ich gerne. Black Ops returns with an epic story and signature blockbuster action where players question everything and trust no one. It features an all new campaign with 16 new multiplayer maps with the return of classic prestige in theater mode. Da bist du auch wieder dabei, ne? Ey, ich spiel's jetzt gerade auch nebenbei. Geil. Einfach geil. Einfach geil, hm? You'll see live MP, Zombies, and Warzone gameplay at the Call of Duty Next Event on August 28th. And, starting on August 30th, you'll be able to join the MP Open Beta to try out the brand new Omni-Movement System for yourself. But today... Les ich mal Chat, klar. ...we are here representing the Raven Team, who's leading the campaign in partnership with Treyarch. The Black Ops 6 campaign is set in the early 90s, a time of global turmoil and uncertainty as the Cold War comes to an end. You're joined by legendary characters Frank Woods, the Grizzled Vet, and Russell Adler, the ultimate wild card. Together with new allies Troy Marshall and Jane Harrow, and unbound by normal rules of engagement, you'll unravel a mind-bending conspiracy. In the mission we're about to show you, our rogue team has targeted a senator attending a political fundraiser in order to gain access to a top secret black site underneath Washington DC. Das klingt doch durchaus interessant. This is most wanted. Aber der Zombie-Modus wird bestimmt gut. Da war aber grad viel Energie drin. Ja. 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 So sagt man. Kennt nur die Videos von Alt F4 Games, die guck ich sehr gerne. Mhm. Genau. Wenn er über COD herzieht. Das mag ich. Und Raven hat eigentlich auch mal ganz geile Games gemacht, ne? Ja, aber du kennst es, alle Zeiten sind irgendwann mal vorbei, nicht wahr, Eric? Hä? Ne, kenn ich nicht. Sehr gut. Hört auch zu reden, ich will Trailer hören. I've cleaned up another of your messes. Lee Grisham, head of security for all dream energy. Grisham might be our way to the camp. Fuck. Deswegen schmeckt die Burgers heiße. Ich hab mal ne Frage. Sahen die Charaktere nicht mal viel realistischer aus? Oder päusche ich mich gerade? Ich find's besser, wie sie jetzt aussehen. Dieses komisch realistische von vor drei, vier Jahren. Da wo alle so'n bisschen so'n Plastik-Wachsfilter drauf hatten. Das mochte ich nicht. Ich find das hier ehrlich gesagt besser. Ich bin stark verunsichert. Oder meinst du in dem Trailer, in dem Gameplay? Ne, hier sehen die, die sehen hier ein bisschen, wirklich, ein bisschen in Richtung Comic mäßig aus. Ja, ja. Ne, ja. Ich weiß nicht, ob ich das besser finde. Ich find das hier besser, als den Versuch es zu realistisch zu machen. Also, mir gefällt das optisch wirklich mehr. Also, ich mein, hier ist es aber wieder ultra realistisch. Ja, aber nicht, nicht so wie von drei, vier Jahren. Da wo es scheiße einfach aussah. Oh. Guess what's got my message. The old man says you're worth it. Better be right. Sev, we got the price. Good. Now get out. Fast. We've got party crashers up here. Great. You good to go? Am now. Da ist wenig Licht in den Räumen. Wie soll der ein guter Schütze da sein? Mit Sonnenbrille. So. Einfach anhalten. Ja, was sieht der denn bei dem schwarz und rot Licht? Durch die Sonnenbrille. Der ballert einfach nur. Ja, das wollte ich schon sagen. Okay, nice. Auch, dass er darauf ballert. Okay. Weil ich dachte jetzt, der wäre dann einfach dumm. Aber der ballert auch darauf. Das ist okay. Oh ja, da oben, da wo so viel Licht ist mit der Sonnenbrille. Sehr gut. Vielleicht die Sonnenbrille von innen beleuchtet. Einfach in die Augen rein. Da sieht man auch nicht mehr draußen. Oh. Ohne Sonnenbrille wär das nicht passiert. Adler! Ich hab dich. Zum Glück hat keiner schwitzige Hände. Ich wär da so aufgeschmissen. Ich auch, ich wär weg. Ich wär durchflutscht. Schlup einfach. Das ist aber ne ganz normale Dokumentation aus den USA. Ja, aus der Clinton-Ära. Die Kämpfe um Monika Lewinsky. Der Sieger bekommt sie. Oh, oh. Okay. Das finde ich cool. Nice. Die Sonnenbrille. Warum sind da getankte Mopeds? Die sind da einfach drin. Das war so in den 90ern. Das weißt du einfach nicht. Das ist so wie bei Final Fantasy VII. Da wo die auch fliehen mit dem ausgestellten Auto. Was getankt ist. Das ist Ausstellungsbenzin. Das ist wichtig. Das sieht schon sehr krass aus. Mhm. Ich würd das im Leben nicht selber spielen, aber ich würd zugucken. Das ist geil. Ich hoffe, man muss nicht selber fahren und gleichzeitig da aber noch schießen. Nee. Ich hoffe, das ist ein Rail-Shooter. Ja. Ich würd nur dagegen fahren. Die Action war jetzt schon geil. Im Multiplayer spielst du einen Typ mit Sonnenbrille und siehst aber nichts. Du musst dir aber kaufen, dass du keine Sonnenbrille mehr hast. 20 Euro. Da geht's, Black Ops VI. Mehr kommt bei Call of Duty Next. Und jetzt bin ich erheb, dass ich meine Co-host für Open Night Live erheb. Sie kennen sie von ihren Jahren, der E-Sports-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League-League. Wann sie wissen, dass sie ihren Start als kompetitiven Unreal-Tournament-Spieler bekommen hat? Das ist richtig. Bitte befreit mich in willkommen zu ONL, Shoxx! Shoxx, baby! Shoxx ist cool. Kann ich mitreden? Ich weiß gar nicht. Sie spricht auch superdeutsch. Oh, okay. Danke für den herren Willkommen im Unreal-Tournament. Das ist ziemlich ein throwback. Ich hatte früher einen Crush auf die League of Legends. Früher fang. Früher. Ich habe auch heute noch einen Crush auf Leute. Darf man haben? Und ich bin sehr froh, dass ich hier wieder mit euch, mit euch alle befreundet. Jetzt ist es mein Glück, ein Message von Gamescom zu euch, unsere Gaming-Community. Oh, tolle Shoxx. Oh, zeigt kein Bellepart-Twitch. Nein. Ich hoffe, dass ihr wunderschöne Pläne besitzt. Dass ihr Freunde von Plänen weit entfernt habt. Ja! Und dass ihr immer die besten Spiele habt. Dass ihr für die Dinge liebt. Und dass ihr die Dinge liebt. Und dass ihr die Dinge liebt. Das war wirklich schön. Yes, the future is here and we are ready to play. Let's take a look at this fun trailer. Cash Grab Penitentiary. Was? Remaster Sword? Was? Cash Grab Remaster? Was? Egal was es ist, ich will spielen. Ich finde es jetzt schon geil. Klapple. Ach. Ach. anosen. Ach. Ach. A sh. Rerelease Sword? Skyrim? Ach. Ah. Skyrim! Ach. Das ist doch kein Spiel, oder? Ach. Und nochmal. Ach. c. Ach. Das war kein Spiel, oder? Ich musste spielen. Ich musste spielen. Ach, diese Polygon-Polizisten. War das von GOAT-SIMULATOR? Ist das GOAT-SIMULATOR? Es ist von GOAT-SIMULATOR. Ja, das ergibt alles Sinn. Ich wünschte, es wäre genau so ein Game gewesen. Der Trailer ist wirklich 12 von 10. Okay, okay. Ich glaube, der Menge geht es genau wie mir gerade. Oh, das ist so geil! RELOAD und die nächste DLC Episode Aigis, The Answer. Coming on September 10th. It's time to reveal a surprising boss fight coming to the game. Tomorrow and all the days after it will be March 31st. It's like Tartarus all over again. There is a strong connection between all of you and what's happening. Let's just open it, then we'll know. Something's wrong. Hast du Persona mal gespielt? Das Gespräch haben wir schon mal geführt. Das hat mir schon mal geführt. Aber ich fange gerade an, den Atlas, also Atlus, bergab zu arbeiten. Ich habe jetzt mit Shin Megami Tensei angefangen. Und das ist großartig. Oh, okay. Ich wollte Persona für Sie ausprobieren. Okay. Next up, we have another new game announcement for you right here. Exclusively at Gamescom Opening Night Live. Oh, noch nicht geleakt? Oh, oh. Oh, okay. The tracks lead this way. Von Techland? Oh, Simulator. Wieder irgendwas mit Zombies? Stand here. Stand guard. Oder Prey 2? Nee. Oh, nee. Nee, Prey ist aber vielleicht erst da. Ja. Bloody hell. Stimmt. Das sieht nicht nach Daniel Light aus. Das Monster klingt so traurig irgendwie. Das Atmen. Also er ist das Biest? Also doch. Okay. Okay. Aber so sind die jetzt Juden-Leute. Ehrlich? Dying Light doch, oder wie? Sieht so aus, ne? Ja. 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 Anscheinend. Okay, The Beast. Okay. Huh. Der klang so traurig. Aber vielleicht ist er einsam. Vielleicht hat er die Backstory. Hm. There you go. Kyle Crane is back in a new zombie adventure set in the Dying Light World with 20 hours of gameplay, a new open world region and more in Dying Light The Beast. Next. Today marks the launch for the most wishlisted game right now on Steam and also, last I checked, like the biggest single-player game ever on Steam with over two million Kick-Current-Players today. Black Myth Blue Kong from Game Science in China, which is also out on the PlayStation 5 and right now we've got the reveal of the launch trailer for you. Ja, das gibt's nachher. Geil. Ich war nah dran, okay? Terraria hat auch Rekorde gebrochen. Sag mal, stell dir vor, das wäre Terraria-Remake. Das ist eh alles nachher geil. Alle Trailer sahen bisher so geil aus dem Game. Ich darf nicht zugucken. Ich will mich eigentlich nicht spoilern. Ich guck weg. So weit kommst du doch gar nicht. Oh wow, oh wow, okay, wow. Weil es von der NDA nicht erlaubt ist. Ja, stimmt auch wieder. Oh, krank. Ich darf nicht hingucken, wie gut sieht das aus. Fuck. Das sieht sehr nice aus. Nettes Game wäre dann nicht die Sache von den Devs. Meinst du das NDA, was ich nicht bekommen habe? Und die Sache, dass man da bei der Privy nur über das Spiel reden soll, nicht über irgendwas anderes? Ja. Aber stell dir das so vor, als wären bei anderen NDAs die Nachrichten dabei, bitte zieh dich nicht nackt aus und mach keine rassistischen Äußerungen beim Spiel. So ungefähr. Das ist völlig normal, also es ist im menschlichen Verstand drinne. Die schreiben das da halt rein. Ich finde das völlig okay. Huch. Ohne Untertitel versteh ich nicht. Hast du endlich Dragon Ball Super gesehen, Erik? Nein, immer noch nicht. Au, meinst du Arsch. Entschuldigung, ich hänge gerade noch bei Iseke Animes fest. Na. Mann, ey. Na. Betracht dir dies als Kritik an dir und deiner Person. Ich werde dich sofort bannen. Ich wollte One Piece noch weiter gucken. Oh, Jiren. Geil, da war Jiren. Wo bist du bei One Piece? Immer noch ziemlich am Anfang. Okay. So krass, wie das mittlerweile aussieht wie der Anime. Das, das auf jeden Fall, ja. Ähm. Hä? Was ist denn ehrlich? Nichts. Meine Grafik, Entschuldigung, ist gerade, äh. Sieht aus wie immer. Da war Pan. Okay. Was? We joined recently kidnapped Celebrity Guest Contender Jeff Keeley at the starting line. Wait, starting line? Da. And that battle cry proves how committed Jeff is to any project. Let's check them. Ich wusste nicht, dass Jeff so ein Weicher ist. Ich dachte, das ist ein richtiger Gamer. Ja. Oh. 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 What is all this? Death traps? Unapproved nicknames? And a giant horse trying to hoof me? An eloquent and marketing-friendly description of the game. Not to mention a perfectly timed transition to the world premiere trailer for King of Meat. Wait, ready for action? Ready for Mayhem. Is there a cyber-flimiter rum? Ready for gold and fame pouring from the sky? Nice. Challenges from the most twisted minds of the most ghoulish dungeon creators are transformed into monstrous reality. It's like a nightmare in dungeon form. Das ist ein langer Trailer und ich weiß nicht, was das Spiel macht. Überhaupt nicht. Dinge passieren. Es passieren einfach Dinge und danach passieren Dinge und dann... Du brauchst den dann selber, kann man das auch Singleplayer spielen? Ich hab viele Fragen, ich hab nichts gesehen. Fuck. Es sah aber interessant aus. Ja. Oh, sehr süß gemacht. Und das war das Announcement von King of Meat, ein Online-Koop-Spectacle für 1-4 Spieler aus Glowmate, in Guilford, England und Amazon-Games für Konsole und PC. Und ihr könnt auf kingofmeat.com für future Playtest. Now, one of the things I absolutely love about making these shows is that we get to introduce you to brand-new games and teams, like this one. To reveal their first game from their new studio, Fuzzy Bot, please welcome Titania Dishlova and Max Spielberg. Guys, welcome to ONL. I'm very excited to share this game with the world. Can you tell us a little bit about your studio, first of all? Yeah, well, first off, it's totally surreal to be here right now. We started this studio back in 2020, and the majority of us had come from the AAA side of the industry, and at the time we were just thrilled to have our own game, our own IP, and we could never expect being on the stage tonight at the end of that run. The vision for our studio started with the idea of dreaming big and building smart. The concept for our first game, even early on, felt very unique and full of heart, and this helped us bring together a very passionate team of talented developers. It's through their skill, dedication, and true love for the game that we're able to be here tonight, going way beyond where we thought we'd be. Well, I got to play this a few months ago with you guys. I had a ton of fun. Tell us a bit about your game, Linkt. Yeah. So, our debut game is called Linkt Banner of the Spark. Oh, it's a co-op action hack and slash. You have, I think, also, this face like I, when you're something like something like that, that you then, 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 that you get this cozy yet highly kinetic action. So? 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 You can play alone or with friends in this vibrant world of robots. Or, a simpler way that I like to describe it sometimes is, you go out and fight the evil robots and then collect their body parts to build a sustainable town of your dreams while saving the cute ones. We are incredibly proud to finally reveal the delightful world of Linkt Banner of the Spark. Also, zum Beispiel, wenn Spiele mich nicht interessieren, dann schreitst du den, dann redest du mit dem anderen im Discord, zum Beispiel. Ja, dann überquatsch ich das oder ich, äh, bin unkonzentriert oder denk an irgendwas anderes. Ja. 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 Da gebe ich dir recht, aber wenn man die drin hat, dann auf jeden Fall nach dem Trailer. Ja. Weil davor, wenn man das Spiel nicht kennt, interessiert es dann erstmal nicht. Ja. Und danach, wenn es mich interessiert, dann wäre ich schon aufmerksamer. Dann würde ich auch zuhören. Ja. 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 Das ist ein guter Punkt. Ja. Das stimmt. Das Town-Building interessiert mich mehr als die Kämpfe. Das Town-Building sah gut aus. Die Kämpfe... Kämpfe sah aber auch ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Gesamtkonzept ist. Fishing makes every video game better. Now, one of the things that I love about Gamescom is that it is a safe place for our diverse gaming family. And there is an amazing platform called Gamescom Cares that shares social and environmental responsibility projects that we care deeply about. Thanks to all of our partners who help to make this happen. You can learn more by scanning the QR code below. And now, the first look at the gameplay of Lost Records, Bloom and Rage. A narrative adventure from the creative minds behind Life is Strange. But now, I'm glad. Now, Let's Do Let's Do Let's Do Tell joke about you. I love it. Ich finde, das hat so viel von dem ersten Life ist strange. Wie hieß denn nochmal der Film mit den vier Jungs, die eine Leiche finden und dann durch den Wald gehen? Von Stephen King Verfilmung, ne? Ja, 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 an das ich musste gerade denken, als ich das gesehen hatte. Es hat genauso wholesome dieses Coming of Age. Ja, Stand By Me, Dankeschön. Ja, genau so. Es hat wie Stand By Me gewirkt, nur halt mit Mädels. Wo die an den Gleisen rumlaufen, ne? Ja, 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 ja. Ich wollte euch alle sagen, wir haben in unserer Gelegenheit für Gott. Ne, Taschengeld war ein anderer Film. Da ging es um eine Prostituierte, glaube ich. Der war auch gut. Der war super. Für die letzten Tage dieser Kunst. Ich weiß, das ist ein Verabschung. Das andere Ort ist voll, so die Töne, fliegt von uns. Hatten wir auch schon mal gesehen, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. A game looks great. It's a new look at the eight-player co-op of No More Room in Hell 2. Von Torn Banner, up in Canada. Ich wollte auch gerade sagen, wo die Leute liegen da Köpfe auf der Bühne, oder was das? Ah, ne, sind... Was? Ich hab da liegen Köpfe auf der Bühne. Sorry, go. In 2021, Embark Studios revealed Ark Raiders, a game that immediately struck a chord with players around the globe. A stunning future Earth, where menacing Ark machines threatened humanity's attempts to rebuild. Well, Ark Raiders has evolved a lot since then, and now it's finally time for some news on what's next for this exciting action-survival shooter. Where do we go from here? You've told us nothing of this place. Look at us now. Raiders. Playing with fire. Everything to lose. But even more to gain. Das Logo hab ich schon mal gesehen. Ja, ja, ja. Playtesting starts now. Hab ich schon... Oh, ja, okay. Playtesting. Ich schreib mir das nochmal auf. Ich schreib mir das nochmal auf. Ich war da. Ich war da. Hey. Ich hab mich hier nochmal... Michi, niki? Infiniki, niki, niki, niki. Mit nem Isekai-Mädchen? Oh, was? Ah, so gut. Das schreit nach Gatschow. Ist das schön? Ist voll schön. Ja, Mann. Palwell 2. Infinity Nikki. Infinity. The cosiest open world. Geil. Okay, weißt du was? Beta. Das brauch ich. Das ist traumhaft. Das war das beste Spiel. Und jetzt? War Hammer, sagst du, ja? War Hammer. War 40.000 Mal Hammer. Der Trader davor war voll schlecht. Ist das das beste Spiel, was du je gesehen hast auf der Messe gerade? Jetzt gerade, ja. Ah, okay, ja. Es kommt noch Monster Hunter Wilds. Wird schwer. Du bist eine sehr treue Seele. Ich bin sowas von ein Fremdgänger, was Spiele betrifft. Ich darfst mich keine Sekunde aus den Augen lassen. Ich kenne die Plattform, wo man die Musik lizenzieren kann. Ich wollte gerade sagen, ich kenne das Lied von YouTube-Videos oder so. Ich weiß es nicht. Null. Ich hoffe, die haben die richtige Lizenz. Wir haben sie für den Stream auf jeden Fall. Yay. Aber das Spiel selber wirst du auf jeden Fall spielen, ne? Das ist wie Smite. Sieht sehr gut aus. Ich glaube sogar, das ist Smite 2. Warte mal. Haben wir es nicht immer lustig gemacht über Smite? Weil immer Smite kam und ich habe was von Smite. Ich erinnere mich daran. Das hatten wir bei der OTK. Ah, ja, stimmt. Powered bei Smite. Oder irgendwas mit Smite. Genau, genau. Ja, Smite, Smite. Okay, es war doch nicht Smite. Sorry. Okay. Das wird bestimmt erfolgreich. Oh, mindestens so doll wie Smite. Das wäre das Spiel, der Welt. Oh, was war dieses 28k davor? Kriegsfammer, mir egal. Are you clear of mind and stout of heart? Oh. I am. Ich bin so treulos, ey. Are you ready to sacrifice? Sacrifice everything to become the savior. I will. Ist das die Stimme von Oshabi? Der Moment soll nicht vergehen, Max. Ich glaube, ich werde mir das mal installieren. Ja, Mann. Ich will es dir beibringen. Ich backseat mir nicht. Ich werde das sowas von niemals im Stream spielen. Fuck. Na gut. Also erst mal zumindest. Ich habe so ein Glück zu dieser Zeit, auf diesem Planeten, in diesem Zeitalter, jetzt zu leben, um das alles genießen zu dürfen. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ich habe das gesehen. Und wenn ihr into Indie-Games könnt, ihr könnt die Best Indies von GAMESCOM in unser GAMESCOM Awesome Indie-Show tomorrow an 8 p.m. auf Twitch und YouTube. Enjoy exclusive announcements and interviews, all packed into an exciting one-hour show, hosted by Shea Thompson. Plus, der GAMESCOM Event Arena, das ist wo ich jetzt bin, und ihr seid. Es ist die größte und größte und größte stage auf GAMESCOM, featuring not only opening night live, but additional live shows featuring creators, gaming events and eSports competitions that you can watch either in person or by tuning in online. Now up next is a first look at the gameplay of June Awakening, the Open World Survival MMO, and news on when it's going to be early. Unglaublich. Was ist denn jetzt los? Das war ja World Premiere. Das war World Premiere. Die sind so still die ganze Zeit. Liegt es an, das war schon meine Idee, liegt es an Deutschland? Ich weiß es nicht. Also, aus amerikanischen Präsentationen, die jubeln ja nur. Wir haben letztes Jahr immer gesplatzt. Und ich hab manchmal sogar extra angefangen und ganz oder zu lange gemacht. Das macht am meisten Spaß. Da bin ich richtig Boomer. You begin as a nameless prisoner. Sculpt your appearance, choose your background, and then, crash into the planet. You are abandoned, and alone. Sonst bist du als Kommentator doch auch ruhig, wenn die Leute immer klatschen und laut werden. Huch! Oh, ja, ich hab schon. Es geht weiter. Werte Reklamedame? Oh, es geht raus. Oh, Reklamedame! Ich hoffe, es geht dir raus. Stick to the shade, chase the moving shadows. Also nicht, meinst du? Keine Mikros im... Ah, okay. Beim Publikum keine Audi Mikros. Wie droff! Also zum Spiel kann ich nichts sagen, aber für ein Dune-Game finde ich die Gruie irgendwie ganz schön, äh, low. Was fehlt hier? Ich weiß, es ist also... Nicht hochwertig aus. Vielleicht hält sich das mehr an die alten Dune-Teile. Ich weiß ich nicht. Ich kann hier nicht mitreden. Und dann, take them out. One by one. Deploy the Hunter Seeker and kill from the shadows. Take what you can from the fallen. On Arrakis nothing of value is wasted. Mine, harvest and gather with your group to build bases and unlock more advanced equipment. Like the blood-cube fire. Refine the blood you collected from your enemies to extract drinkable water. Baust du eher da, wo du Aussicht-Wüste hast oder da, wo du Aussicht-Wüste hast? Using Fabricators. Mehr in ein Fels, oder? Replicate deine bases in neue Locations mit dem Blueprints-System Ja, auf so ein Fels. Ich glaube, das muss ich auch probieren. Ich glaube, das muss ich auch probieren. Leid your group to become a guild. On Arrakis, a nameless prisoner can rise. Construct an Ornithoktor and take to the air. The world is yours to claim. This is Dune Man. This is Dune Man. Keep it out here. This is cool. This is cool. Yep. Yep. The in-game radio provides insight into key events happening across Arrakis. vielleicht bin ich bei Survival Games besättigt einfach. Wir sind auch sehr mäkelig. Also generell. Aber wir sind auch, was ich sage mal, sehr mäkelig. Ne? Oh, weiß ich nicht. Also ich habe mich heute sehr wenig beschwert über irgendwelche Sachen. Achso. Arrakis ist ein vast Planet. Ja. Ne, ich meine, mekelig bei Survival Games. Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist irgendwie so... Das ist halt cool, da rumzufliegen und rumzusuchen. Das finde ich schon ganz cool. Die Kämpfe sahen null spannend aus. Ja, ja. Und diese Gui erst. Fällt dir der Fond nicht? Der Fond doch, der Fond ist gut. Der passt. Es sieht halt nicht nach Mobile aus, aber es fühlt sich irgendwie so nach Mobile Game an. Ach, findest du? Teilweise ja. Du brauchst Macht. Aha. Und auf Arrakis. Spice. Is. Power. Ich finde, es sieht... Ich weiß, der Vergleich hinkt bestimmt. Aber ich finde, es sieht ein bisschen... Gerade jetzt in der Stadt sah das so leer und geleckt aus wie in einer Bethesda-Gang. Also es war so leblos. Aber mit dem Versuch, das Leben zu geben, lassen wir es nicht klappen. Und der Wurm. Ja, der muss ja. Okay, der sieht gut aus. Hm. Ihr seid zu Clueless. Ja, deswegen haben wir Experten wie dich dabei. Gleich meint er das auch positiv. Es gab Clueless, den Film, der echt gut war. Gleich meint er das. Den hab ich auch nicht gesehen. Was? Du kennst Clueless nicht? Ich kenn Clueless, aber ich hab den nicht gesehen. Also ich kenn den schon aus den 90ern. Bestimmt meint er das so. Wir sind halt echt sweet und so. Ah, okay. Oder aus den 90ern. Anfang 2025. Ja. So der Wicht ist nicht so lang. Und jetzt hier ist ein Reveal von einem neuen Spiel von Tarsier Studios. Die Kreaturen von Little Nightmares 1 und 2. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt sehen wir endlich mal mehr von dem Schwein. Ja, Mann. Nicht mehr. Nicht mehr. Ähm. Sehr tierlieb das Spiel. Aber wieder mit den kleinen? Hm. Ja. Aber andere diesmal. Nicht mehr mit dem Regen-Cape. Oder? Nee. Nee. Oh, an der Gäse. Geil. Ey das... Charakter-Design ist so krass. Ich will das Artbook unbedingt haben. Und das Game. Re-Animal Gut, aber ich muss auf eine Sache meckern. Eine Sache meckern, weil es wurde gesagt, ein Horror-Game, wie es nie zuvor ein Horror-Game jemals gab. Also das ist Horror neu definiert, mal wieder. Ja, aber das war ja im Stil von Little Nightmares eher. Ansonsten sehr geil. Ich wollte mal wieder was kritisieren. Das ist okay. Noch eine neue Region. Ich bin noch nicht mal in Sumeru. Oh nein. Oh nein. Du musst jetzt sechs Monate täglich spielen. Das reicht nicht. Ich habe nur die ersten drei Regionen fertig. Ich wollte doch irgendwann... Oh nein. Boah, letzte Region, danach kommt noch eine. Ach, du denkst heute nicht wirklich, dass die dann aufhören. Das ist wie Terraria. Die Macher sagen auch jedes Jahr, jetzt das letzte Update, aber wirklich verbrochen. Das allerletzte. Das sagen die seit acht Jahren. Neun. Oh, Genshin wollte ich immer mal anfangen, aber ich habe es immer wieder gelassen, weil ich Angst vor dem Konto habe und vor den Gatschan-Mechaniken. Ja, und ich nenne es mal Daily-Energie-Mechanik. Also, du kannst nicht so viel grinden und farmen, wie du kannst, wie du möchtest. Oh, okay. Und da gibt es halt so ein Limit. Und das ist ein bisschen schade. Das finde ich sehr schade. Okay, so gut. Aber es macht so viel Spaß. Jue Mia ist der beste Charakter. Gute Frage. Lohnt das Spiel, wo man kein Geld ausgeben will? Ja, ja, absolut. Allein für die Musik. Das Spiel ist kostenfrei. Und die Musik in dem Spiel ist unglaublich gut. Die Musik ist so gut. Okay, alle schreiben ja. Es lohnt sich sehr. Alle schreiben ja. Es lohnt sich sehr, wenn man kein Geld ausgeben will. Sehr free-to-play-freundlich. Absolut free-to-play-freundlich. Oh, shit. Ich will nicht damit anfangen. Das ist leider echt gut. Das ist leider echt gut. Ich will nicht damit anfangen. Ich hoffe, das Interview geht drei Sekunden und dann zeigen die ganz viel von vier. Die geht ganz woanders hin. Ja, bloß nicht zum Jeff. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Today we're here to the monster hunter wilds. We're here to the monster hunter wilds. First of all, we have made this time. Jeff-san, thank you very much. Hello to all of my friends in Germany and to the millions watching around the globe. I'm really thankful that Jeff has invited me to the opening nightlife stage, so I can share a new monster hunter wilds trailer with everyone. Before we debut the trailer, I just want to express how excited I am to kick off our season of monster hunter wilds hands-on demos starting at gamescom. Now, let's take a look at the latest trailer. Ja, 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 ja. Okay, es war doch laut dort. Eventuell doch die Mikro vorne. Oh, my word. Ist das ein Lied? Der Held kann reden. Hä? Der Held hat nie geredet. Bisher. Ist das gut oder schlecht? Weil ich nicht. Nee, ich mag Monster Hunter doch nicht mehr. Oh ja, du magst du keine Spinnen? Nee, überhaupt nicht. Was ist eine Rose? Guck mal, ist gar keine Spinne. Oh, sie ist wunderschön. Wirklich eine Rose. Eine Arschrose. Das ist aber ziemlich ekelhaft. Da bin ich mal zum Arzt. Deswegen heißt das auch Rosette. Ah. Ah, Duel Blades, Baby. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Der Motor. Jawoll. Hä, ist aus die Dune. Pass auf, was du sagst, Freundchen. Das ist ja so. Das ist ja so. Ich wollte nur beenden. Das ist ja so. Wie ein wilder Beest bristling mit Leidenschaft. Von der Blick auf das ist, das muss das Regen's Apex Predator sein. Killed permission granted. Beginn den Hutt. Bekann. 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 Als ISIS muss bei einer Beest vestigt... Bekann. Bekann. Ja, Mann. Bist du zufrieden? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Oh, geil. Oh, ich freu mich drauf so sehr. Der Fang wird so verloren sein. Oh. So viele Games. Achso, ich dachte, es geht weiter. Hä? Oh, Naraka Blast Blast. Als spielbarer Charakter ein Naraka, oder? Ja. Wild? Das ist ja wild. Ich hab mich ganz kurz gefreut, dass ein neues Tomb Raider kommt. Nö. Nö, weiß ich jetzt auch nicht. Aber null. Wollt eigentlich mit dem Kaffee dann immer was trinken gehen. Oh Gott, die Sounde wäre... Das klanggeil. Oh, die cool. Oh. Also Physik ist da, sagst du? Was schön, Erik. Ich war abgelehnt durch massive Personkrassen. Mich interessiert die physikalische Formel dahinter. Wie haben die das gemacht, mit dem Giganto-Bombos? Das aber, uh, uh, hu. Sah okay aus. Gibt's doch noch aktive Spieler? Ja, jetzt bestimmt wieder. Von SNK? Klar, Beat'em Ups immer. Meine Freunde haben alle so gute Namen. Player 16, Player 38. Die heißt aber wirklich so. Ja. Ist auch WhatsApp ganz schlimm, mit denen zu kommunizieren. Und was ist das? Ein Gundam-Tank-Battler? Sieht aber irgendwie cool aus. Da passiert eine Menge. Mecha-Mecha-Mecha-Mecha. Ich hab das schon mal gesehen. Okay. Ja, Mecha-Mecha-Mecha. Mecha-Mecha-Mecha. Okay. Das war ein neuer Blick auf Mecha-Break, das Multiplayer-Mecha-Game. Okay, next, wir haben etwas ganz spannendes für die Fans von Monument Valley, das herzlichen, gewaltige Puzzle-Game, das wir alle geniessen haben, um eine Dekade vorhin, als es erstes in 2014 veröffent wurde. Well, tonight, wir zeigen, Monument Valley 3, kommt später dieses Jahr von Us 2 in London und Netflix-Games. Ich habe das gespielt. Es ist ein absolut schönes, spannendes Spiel. Und wir haben jetzt deinen ersten Blick. Hast du es gespielt? Vor zehn Jahren? Ich hab das... Oh, cool. Okay. Direkt sold. Geil. Oh, geil. Sieht aber sehr cool aus. Aber ich hatte es wirklich gar nicht auf dem Schirm. Nee, überhaupt nicht. Das ist ja so ein Spiel, wo man das streamt, ist der ganze Chat voll mit Not like this. Weil sie wissen, dass sie nicht so gut sind wie du. Ja, richtig. Ja, das stimmt absolut. Dass du richtig und schnell spielst. Ja, ja, ja. Oh, schön. Exclusively on Netflix-Games. Oh, ciao. Ciao, mach's gut. Das ist aber eine merkwürdige Entscheidung. Also coming to Netflix. Eins und zwei. Okay. Merkwürdige Entscheidung. Dann werden wir den dritten Teil ja alle spielen, was? Monument Valley 3 drops exclusively on Netflix December 10th, 2020. Es starb, bevor es lebte. Ja, ich war auch. First released in 1991. Civilization is one of the gaming industry's biggest franchises. Jetzt bin ich gespannt. And here at Gamescom, we are revealing the gameplay of Civilization 7 for the first time. Maurice hat mich gespoilert. Tell us more. Please welcome Ed Beach from Firaxis Games. Was hat er gesagt? Nein, darf ich nicht sagen. Darf ich nicht sagen. Nee, ist gut. Sehr, sehr gut. Ach. Aber es macht eigentlich anders. Thank you, Schocks. Thank you, Gamescom. It's hard to believe that it's been almost eight years since Firaxis released our last Civilization game. So we're incredibly honored to be here tonight at Gamescom talking about Civilization 7. Civ 7. Civ 7 is by far the biggest, most ambitious game Firaxis has ever made. Everything from its new gameplay features to its gorgeous new art style is designed to immerse you in your own journey through history. Please join us after opening night live on the Firaxis Games Twitch channel for our official gameplay showcase. Oh, that's cool. Where we'll deep dive into what's new in Civ 7 and finally reveal our new in-game narrator. On behalf of the team at Firaxis Games who has worked so hard on this game, I'm so excited to finally give the world its first look at Sid Meier's Civilization 7. Please, enjoy. The Civilization was the game that was created during a time when we were... Awww. Die sollen den ersten zeigen. Awww. Die sollen den ersten zeigen. Ja, die sollen den ersten nochmal zeigen. And we said, let's put the entire history of the world into a game and make it fun. Oh, da geht's für den Gruß, wenn ich das sehe. Ja, das ist... Ja, Mann. Oh, oh Gott, mein Herz. Oh, Gott. Oh, die Fields. Jetzt will ich den ersten nochmal spielen. Nichts hält dich auf. Ich hab ihn sogar installiert. Aber ich... Oh, komm mit der Steuerung nicht klar. Damals war man irgendwie besser drauf. Ja. Oh, komm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin bei Folge 84, glaube ich. Oh, was? Oh, krass. Ja. Ich lasse das gerne nebenbei laufen und es ist halt so traurig schön. Du bist am Anfang so euphorisch. Du hast am Anfang so viel Liebe in allem und freust dich auch wirklich über alles. Und da sind so witzige Sachen dabei und man merkt von Folge zu Folge, wie traurig der Gronkh einfach wird. Ja, ich will immer noch, dass es ein gutes... Ich will halt immer noch, dass es so... Ja, Mann. Ja, es wird aber nicht besser, kann ich dir jetzt schon sagen. Das sieht interessant aus, aber stattdessen Space. Es gibt, ich habe gerade gelesen, es gibt genau ein Fahrzeug jetzt. Ist das wahr? Gibt es nur ein Fahrzeug? Now it's time for an exclusive update on Marvel Rivals, the upcoming Hero Shooter. Marvel Rivals wird immer besser. Tonight at O&L we're revealing two new heroes who are joining the game with a first look at their gameplay. Ich wünsche dir eine Bingo-Karte. Among the stars, Wakanda found a new home and a new hope. The source of vibranium, the foundation of an empire. Okay, ich mache den Grafiksteer total. Aber das ist nicht das Game, das ist nur der Trailer. Leider, glaube ich. Das ist ein MOBA. Arena MOBA-Shooter? Kommt dafür nicht für mich immer wer? Hab ich das Gefühl? Boah, es kämpft nur eine Attacke. Ich würde mich so aufregen. Ich auf der anderen Seite, ich würde meinen Bildschirm zusammenbrüllen, wenn mir nur eine Attacke spammt, ey. Und ich sterbe. Das ist wie gegen Eddie Gordo und Tekken 3 zu verlieren. Ja, ja, geil. Oder Blanka. Ja. Die sah aber cool aus. Aber ja, die Sequenz, also die animierten Stellen, die sah echt geil aus. Oh, Hail Hydra. Das war Hail Hydra, baby. Hast du Kettel Hail Hydra nicht? Oh mein Gott, Erik. Ich sitz hier nur. Ich verliere mein Glaube an diese Person. Well, I'm sure everyone who played the beta wanted to know, Marvel Rivals will launch on December 6th, 2024. Now, Gamescom always strives to help the environment, and the event runs on 100% renewable energy and is climate-friendly thanks to ongoing measures to reduce CO2 emissions. Exhibitors participate in the Gamescom Go's green initiative by reusing their booth builds or avoiding single-use material. And yes, fans are planting more and more trees in the Gamescom Forest. The forest has been growing since 2020 thanks to all of your engagement. And all of you can fill up, of course, you can plant your tree in the Gamescom Forest today. Wo is'n der? And with that, it is time to reveal the winner of the Gamescom Sustainability Award. This award celebrates an organization in the global game industry committed to sustainability and the environment. Presenting the award, please welcome back Lisa Buck with Playing for the Planet. Hi, Shucks, and hello, Gamescom. Thank you for having me again. Well, it is our absolute pleasure, Lisa. And in case some people don't know and need a quick refresher, Lisa represents Playing for the Planet, an alliance of gaming organizations committed to taking climate action under the official umbrella of the United Nations. So how are things, Lisa? Things are going great, thank you. With 3,3 billion people around the world playing video games, we encourage everyone to make a difference wherever possible. 3,3 Milliarden? Absolutely, and 3,3 billion players is so, so much. So, do you have any tips for our players on supporting this great initiative? Yes, definitely. It's as easy as remembering to set up energy-saving modes to avoid unnecessary energy consumption or switching to renewable energy or switching to renewable energy and electricity services at home. Redspieler, vielleicht. It can also be a call for the Rätsel in the Tageszeitung. Everything will make a difference. Every bit helps those are great tips. And I already have some of those. Yeah, yeah. But yeah, Mobile Gaming on jeden Fall. Mobile is a lot more people will. But now let's celebrate some of the amazing work that we've already done by gaming. Hey, there's a lot of Candy Crush with 30er-Frauen, okay? Anyone can set ambitious decarbonization targets. But delivering wonderful and turning it into emission reductions, I say but not wen, but maybe I'm with you married. That's egal. Is not the schlimmest, what it's like. And this year's winner has proven that it's possible to deliver ambition with execution across the board. And this year's winner of the Gamescom Sustainability Award is Tencent Games. And here to accept the award is Brent Irvine, the Vice Chairman of Tencent Games. Tencent Games. Yep. Riesig große, so wie die Embracer Group. Yeah, ich kenne Tencent, aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet. First of all, let me say on behalf of Tencent Games, I'm honored we are to receive this award. Bin ich auch ein bisschen überrascht. Tencent Games encompasses a lot of things. Everything from all studios like Timmy, global studios like Shark Mob to our global publishing arm, level infinite. What they all share is a commitment to operating our business in a sustainable way. We are committed to carbon neutrality by 2030 and really want to thank all of our studios, all of our partners, but most of all, all of our players. Whose support is essential to helping us drive our efforts to have positive change within the industry. Thanks again and back to the Games. Congratulations, Tencent and Brent Irvine. Also, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne wissen, wie sie das zusammensetzt, die Entscheidung. Das würde mich mal interessieren. Ja, 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 weil Tencent ist riesig, deswegen, also es kann schon irgendwie so. Ja, ja, ja. Die haben halt auch ohne eine Cash, um sowas umzusetzen, das Jahr. Ja, ja. Ich glaube, die müssen sich so einen Preis nicht kaufen, also das wäre egal. Die bekommen den, das ist geil. Aber ich glaube nicht, dass da was gekauft ist. Also, die haben es nicht nötig bei der Opening Night, sich einen Spot einzukaufen dafür. das ist das nicht. Back to you, Jeff. Das würde keinen Sinn ergeben. Danke, Shox. You're doing a great job tonight. All right. We got something really special for you. Please welcome Deadpool director, creator of Love, Death and Robots and the co-founder of Blur Studio, Tim Miller. There is come Paul Feek. Blur Studio has been making cinematics for over 30 years now. That means classics like Quake, Star Wars, Warhammer, Call of Duty and dozens and dozens more. And we do this because we fucking love video games. Ich auch, Eric nicht so, aber ich auch. Ich hasse Spiele. And every time a trailer comes online, you see hundreds and hundreds of comments from the fans. Like, why don't we see a movie like this? Or why can't we have a series like this? And we could not agree more. Which is why we are so excited to share this series with you. 15 original episodes created in collaboration with Amazon Studios and the publishers and developers of some of the world's greatest games. I'm talking new titles, existing games, Indies and classics. Endlich mal. We've been working on this show for three years. Jawollo. I get a little upset. Choked up. Sorry. I cry a lot. Sorry. Ja, der ist super. Der ist ja super. Oh. Nur ganz kurz für mich. Das sind auch die WoW Cinematics-Macher, oder? Ich, das weiß ich nicht. Oder Diablo. Die Diablo WoW Cinematics-Macher, oder? Also wenn ja, dann würde ich gleich ausflippen. Ja, sind sie. Ja, sind sie. Dann flippe ich aus. So please enjoy the world premiere teaser of Seeker Level. Oh. Oh. Den will man knuddeln. Den will man einfach knuddeln. Oh. It is our love letter to games. Oh. And you can watch the series on Amazon Prime Video on December 10th. Not too far now. So enjoy. Thank you. Oh. Er ist aber das wüteste des abends. Off-closure for pause. ich wollte gerade sagen sie hat ein bisschen was von loft als ein robot ja verschiedene stile ist das eine generelle gaming-serie das ist mir mehrere serien man sieht einige ellen reich naja verschiedene serien teile bis wahrscheinlich zu jedem game eine episode ja ja nämlich an ja wer 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 you have a game to play ich bin ich dabei da bin ich dabei das wird so hart gewinnt dass sie mehr rein voll geil da frau sie moris oder es war age of mythology 10 dezember was für ein tag Dienstag? Geil. Da hab ich kein Stream, da werd ich abends bingen. Geil. Ja, geil. Der erste Teil ist geil. Cool, sehr geil. Die Tower ist der einzige Sanctuary, den wir haben. Together, we can give our people the hope we need. Wenn von euch nur noch der Turm übrig ist, hat es verdient zu sterben. Okay, okay. Ich mein ja, also... Kann ich jetzt auch nicht nein sagen. Wenn nur noch Berlin steht... Ja, der Fernsehturm. Das ist der only place we've left. Ja, das war Holland, Morn. Ja, Watch Party gibt's leider nicht mehr. Oh, wow. Oh, wow. Die Environmental Destruction sei ja, äh, insane aus. Ich hab mich immer gefragt, was daraus geworden ist, weil das war so groß angekündigt. Alle wollten das machen und jetzt sieht man kaum noch was davon. Die Tower Guard ist ein Tempest, das ist so großartig. Es gibt einige Abriss-Spiele, da kannst du's machen. Ja, ja, klar, aber... Es ist nicht sogar Abriss. Das ist ganz gut. Aber wir haben wirklich nicht viele Spiele gemacht. Ich glaub, weil's ultra viel Arbeit ist und ultra Rechenleistung frisst, oder? Ja, gut, aber wir sind ja ein paar Jahre weiter. Inzwischen kann man das wirklich ganz gut hinkriegen. Havoc hat Cutting-Edge-Technologie, aber ist auf Exploitation und Suffering. United, we will plunge into the chaos. Cool, das wäre, Questgeber-Hochhäuser hochzujagen und sich damit zu softlocken. Ja, ich glaube, genau wegen so was, wegen dem Faktor Spieler gibt's so was weniger. Ja. Weil, wenn man als Spieler so ne feste Map braucht, so nur mit wenig veränderbaren Sachen, machen sie vielleicht, dass hier immer ne Wand fehlt oder so. Leute würden jedes Dorf platt machen, komplett. Ja, ja, ja. Wegradieren. Deswegen lässt sie sein, ganz in die Tonne klicken. Oder stell dir mal vor, so wie bei Bethesda-Games, wo die Figuren rumbuggen, dann machen die die Häuser kaputt, einfach weil die links und rechts wegbuggen. Würde ich noch mehr feiern. Würde ich hier an der Nähe stehen zugucken. Egal, ja, Kingdom Come 2. Von War Horse, baby. Du musst den Ersten. Hast du den Ersten gespielt? Nein. Nur die Alpha, ganz am Anfang. sollte ich meine Pläne mit headstrongen Aktionen von Violence disruptieren. Es werden Konsequenzen sein. Ich versuche die Krieg, nicht, Parley. Alles okay, eh? Wir brauchen mehr Leute. Das beste ist, die von deinen alten Kameraden zu rekrutieren. Wir werden nicht auf den Garten geworfen. Wir werden nicht auf den Garten geworfen, wo sie sich auf die Garten geworfen. Willst du uns helfen, Henry? Er sieht so schön Anti-Helden-mäßig aus, ich liebe sein Gesicht. Er sieht aus wie so ein Trottel. Wie geil alles aussieht hier. Die Felder, die Straßen, die Städte, alles. Das ist halt Polen. Polen ist wunderschön. Ist wirklich so. Böhmen-Nicht-Polen. Punkt an ihm. Ja. Okay. Oh, wie schön. Das ist ein aktuelles Game, sieht es doch heute aus. Und jetzt haben wir das Debut von einem ganz neuen Bereich von Neu-Eradu. Schau es. Dann werde ich mäkelig, weil ich viel damit in solchen Spielen zu tun habe. Und wenn mir das nicht gefällt, bin ich raus. Das ist völlig okay. Und es gab nur einen Charakter, den ich mochte. Das Haifisch-Mädel. Genau, der Front hat nicht gestimmt. Manchmal sind es solche Dinge. Manchmal sind es solche Dinge. Es muss das Gesamtbild einfach stimmen. Muss passiv sein. Ja. Und ich habe Genshin Impact. Also, da muss ich auch noch weiterspielen. Ich kann ja nicht noch eins spielen. Und dann noch eins. Wer, wenn nicht du? Ja. Danke. Endlich sagt mir jemand. Neues Gebiet. Mhm. Westernstadt. Let's talk some shit, yeah. Oh my god, did you know that? General Faischau fought her way in and out of enemy rank seven times. With a single strike, she knocked down a hundred enemies. A thousand. Hm? No, ten thousand. Okay, cool. You're exaggerating. Leave you nothing about this. This is what my online friends found at the scene. The sword in your hand was called. In the form of a beast, rushing forward like lightning, General Faischau shouted among the ruins. Are you my master? That's complete nonsense. The trailer's schon cool gemacht. I have even more impressive stories. A little girl. Do you know how to get to the seat of the divine force, Ant? Ey, nicht das süßeste, was du hier gesehen hast? Nein. Ey, ist super süß. Nicht schlimm, es war Niki. Wie hieß das Spiel von Forever Niki? Das süßeste, was ich hier gesehen habe, ist Pan. Oh. Okay. Aber sag es dir nicht, sie ist gerade nicht da. Jetzt kann ich es sagen. There is a fun little tease and that was a new look at the space fantasy of Hongkai Star Rail and Fei Shao, a female General known for her prowess in martial arts. Okay, now we're heading to the Arkhamverse for Batman Arkham Shadow. It arrives later this year. Ich trau mich nicht, mich zu freuen. Achso. Oh. VR. Er kann halt auch nichts anderes sagen. Er kann nicht sagen, ich hab die Demo gespielt, war scheiße. So weißt du. Doch. Das wär unfassbar cool. Aber. Nicht für die Spieleindustrie, glaub ich. Ja. This rat cult spreads through Gotham like a plague. I have to stop it. Even if it consumes me. Oh, das ist gar keine Frage. Das glaub ich sehr gerne. Das ist gar keine Frage. Das glaub ich sehr gerne. Jürgen. Ich hätte, ich bin ehrlich, ich hätte wahnsinnig gerne lieber ein neues, richtiges Batman-Game. Aber ich glaube, das können wir knicken. Was? Das wird nicht mehr passieren. Nicht mehr so wie die Arkham-Games. Was? Sicher? Ich, ja die Story ist abgeschlossen und die neuen Games sind alle neon und cool und Simi und Games-as-a-Service. Oh, das wusste ich nicht. Ja. Aber nochmal so eins wie die Spider-Man-Spiele. Das ist voll gut. Ja, die Spider-Man-Spiele sind ja auch wieder weiter. Die Spider-Man-Spiele sind gut. Aber die Arkham-Doktor auch einfach auf Batman. Ja. Das hier sieht auch aus wie die alten Arkham-Games, nur halt für VR. Ja, ja, ja. Deswegen meine ich ja, das könnte ganz cool sein. Aber halt, vorher. Oh, der wird sauer. Ich kann den Rat-King bringen. Ich kann den Rat-King bringen. Hmmm. Euer neue Prototyp. Oh, baby. Ahhh. Well, that trailer was buzzing and the whole City is buzzing during this week of games. Und dieses Weekend, das Herz unserer beliebten Gaming-Metropolis, Cologne, wird sich in das vibrant Gamescom-City-Festival transformieren. Es wird großartige Musik auf drei Stagen im Stadtzentrum Cologne, auf beiden Tagen mit mehreren 100.000 Gästen. Wenn ihr noch nicht da seid, müsst ihr definitiv nachdenken. Das ist, was in Cologne passiert und auch Leute von mehr als 100 Ländern hier. Aber Gamescom hat Fans all over the world, kostenlose Bühnen, also kostenlose Live-Bands und so. Was? Auch immer geile Bands. Wo warst du denn dann immer? Auf der Gamescom. Die erste Gamescom-Ladam took place in June und exceeded all of our expectations with over 100.000 Fans immersed in the Gaming-Universe. It was a fantastic show and next year it's going to be even bigger. Das war die Opening-Nine? Gamescom Asia returns this October. You can join in on the fun and the entertainment area to find out all about the games, the stage shows, cosplay and much, much more. The ticket shop is already open or you can also tune in to our online show Primetime on October 17th. Now, who is ready for another world premiere? Yo, na, 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 Gott sei Dank. Ich, schock's. Gott sei Dank. Announced last year at ONL, here is a new look at Little Nightmares 3. Ja, schön. Das macht nicht mehr Tarsie. Ah, okay. Mach bei dein Namco, ich liebe euch. Das machen Supermassive, die Until Dawn-Macher. Ah, okay. Das war alles Co-op, ne? Ich wollt grad fragen, was mach ich, wenn ich keinen Freund habe? Ah. Wann kommt denn das? Wir könnten das zusammenspielen. Ja. Ja. Ne? Ich werd dir so im Weg stehen. Ich geh auch. Ich werd die Gefangenenkugel an deinem Bein sein. Ich werd dich richtig aufhalten, wie so'n Klotz einfach. Dann liegen da so zwei, zwei von diesen Sträflingskugeln einfach nur rum, wir beide. Okay, erstmal nur beschlissen. Schön. Morgens um drei, oh, endlich Level zwei. Oh, ich liebe die Entwickler. Die hab ich kennenlernen dürfen. Oh, und Firewatch Publisher. Geil. Fahr hatte zwei wunderbare Spiele, Fahr-Lone-Sales, äh, Fahr und Fahr-Lone-Sales, nicht wahr? Die beiden waren toll. Aber was ist das? Ein Grummelumpf. Und das da? Ein Menschelumpf. Mhm. Ist das, wo die wilden Kerle wohnen? Ne. Oh, Gott. Ich wusste gerade die wilden Kerle... Entschuldigung, ich bin gedamaged. Kennst du das nicht? Doch. Nein, nein, ich musste gerade an diese Fußballserie da, diese Fußball... Die wilden Kerle. Ich musste gerade zuerst dran denken. Ach so, oh, ne. Ja. Ne, 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 ne. Man ist Herdentreiber. Ah. Kann ich sie auch ne Klippe runterschicken? Also da jetzt links? Das ist ne gute Frage. Wo treibt man sie denn hin? Herdeling. Herdeling. Harpe Herdeling. Oh. Hey. Oh. 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 Ich hab Angst. Oh. 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 Ich bin so skeptisch. Ich sehe Albion, ich denke an Fable und ich habe aber Angst, dass es irgendwie irgendein Cash Grab wird. Ich will, dass das gut wird, bitte. Ja, ich glaube, meine erste Realisierung ist, dass ich das alte Team wieder wieder bringen muss. Also ich arbeite mit Leuten wie Mark Healy, Russell Shaw und Ian Wright, die Leute, die helfen haben, und die letzten Spiele waren einfach, das war alles furchtbar. Okay, hier ist die Weltpremiere, Masters of Albion, von Peter Molyneux. Okay, ich bin gespannt. This is Masters of Albion. We're a team of 20 people, dedicated to making something new, unique and different. Here we are in the familiar, vast world of Albion, packed with stories, quests, treasures and monsters. Okay. Okay. Das ist ein... Ja, ich bin ein Kalvinch. By day, you're tasked with building the town up, gaining resources and earning money. Mhm. By night, your town will be attacked by many of Albion's creatures. You can design anything. The food that people eat, the clothes they wear, the weapons they use, the armor they fight with. There is a strategy behind every creation. I can even feed them rats. My town's working hard to make my food. My town's working hard to make my food. My town's working hard to make my food. Oh man, give me black and white wipes. I can also design, customize and create all buildings. My town needs to fight against the horrors of Albion. And this is my hero's time to shine. You don't have to play in gold mode. At any point you can possess a character and play in third person. My hero is now under my complete control. And now it's time to fight. My hero is getting overwhelmed. Let's switch back to gold mode and unleash some real power. Okay, we survived the night. Now, let's design a better weapon for my hero. You can be as silly as you want. But bread swords just won't cut it. This is just a glimpse of Masters of Albion. An open world god game full of combat choices, mystery and story. It's available to wishlist on Steam now. I hold back to my mind if it's good to find. Okay, so... Too bad experience with Peter Molyneux. Ja, ja, ja. Wir bleiben mal dran. Wir gucken mal. Ich hoffe... Ich hoffe, es wird was. Ist das die Schauspielerin von Yennefer? Ist das die Schauspielerin von Yennefer? Ist das die Schauspielerin? Ja, Mann! Ich denk auch an sie! Das ist die, ne? Das ist die. Die Schauspielerin. Ja, ist das? Ja, cool. Okay. Legacy hieß zu spielen, was Maurice gespielt hat. Let us see. Ja, davon hat es auch sehr viele Elemente, deswegen war ich sie unglaublich skeptisch. Aber ich bin's immer noch. Ja, ich bin's. Ja. Und es ist mein Gehör, meine Reise zu stecken, in die Anon. Anon, nein. Awakening. Das kennen wir aber schon. Das haben wir schon mal gesehen. Ja, ja. Das ist nicht neu, aber das hier, die Vorbestellerinhalte. Ja, 70 Packs, wenn man vorbestellt und 80, wenn man noch früher vorbestellt und 90, wenn man ganz früßend vorbestellt. Na dann, wo kann ich noch mehr ausgeben? Ja, ja. Ja, es hat sich irgendwie durchgesetzt, ne? Es ist irgendwie normal geworden, diese Vorbesteller-Scheiße. Der Normal. Keiner wundert sich mehr. Arena Breakout Infinite. Aber im Endeffekt habe ich nichts gegen vorbestellte Sachen, wenn da, ich sag mal, nur Skins dabei sind. Wenn es allerdings sowas wie Missionen oder Maps oder einzigartige Gegenstände beinhaltet, finde ich sowas scheiße. Ich finde es immer weird, mit einer Woche früher spielen, weil das Problem ist, als Creator, wenn ich es aufnehmen will, bin ich gezwungen, das zu kaufen. Ja, ja. Das ist ganz merkwürdig. Ja. War Arena Breakout das Pay-to-Win? Keine Ahnung. Das ist ein Extraction-Shooter, okay. Ja, war es. Ja, okay, ja. Also, meinst du, kann ich da drin gut sein? Wenn du ordentlich Cash reinbuderst. Ey, Part of Exile, gibt's dann wieder, sag ich mal. Arena Breakout Infinite is now available in early access with the full release coming at the end of the year. Now, over the years, Blizzard has been a big part of Gamescom history, and this week, we are thrilled to welcome them back for the first time since 2019. And to tell us more, here is the president of Blizzard, Johanna Ferris. Oh, jetzt bin ich gespannt. Another War Was In wird doch große angekündigt, oder? Mit Sicherheit, ja. Geile Hose. Ja, ne? Finde ich auch. Feierlich. Hallo, hallo, hallo. Feierlich. Hallo, hallo, hallo. Ich hatte so eine in schwarz, meine Kautze gehasst. Danke, danke so much for having us on behalf of Blizzard. This is such a massive moment, but it's such a special time to be sharing it here with everyone at Gamescom, and we're just really honored and grateful to be here. Well, we're very glad to have you guys back, and I know you've got a big booth with Xbox, right? We do, yes, and come on by if you're here all week long. We're proud of it. But it's also a particularly big moment for Warcraft. We have celebrations and anniversaries galore across Hearthstone, across Rumble, and, of course, a very big milestone for World of Warcraft this year. Yes, speaking of World of Warcraft, the War Within, its global launch is coming up very soon. Warcraft Rumble 01. Yes, it is, and we're just days away from the global launch of the War Within. August 26th, it's go time for that, and in two days we'll actually open up early access for players, so we're excited about it. Come on in and join. And I just want to say, it's masterful work from the team. The World Soul Saga opens up such ambitious creative territory for us. Mmh, freut mich irgendwie ein bisschen. I think it's worth it for a lot of fans. Wow was initially released 20 years ago, and we can't wait to embark on it and share it with players. Yeah, it's very exciting that this month is time for that, but I know this is, as you said, there's so many Warcraft anniversary, Blizzard anniversary, Warcraft anniversary. Peter Molyneux auch. How can players be a part of this? Yeah, there's a ton of ways we're going to be able to celebrate, so we definitely hope that you join us. There will be in-game events that commence in October, so there will be more details on that, but players will be able to earn really cool in-game rewards, and we'll be finding some creative ways to celebrate the history of Azeroth together. Würdest du in WoW 2 spielen? Ja, auf jeden Fall. Und du? Ich würde auf jeden Fall reingucken wollen, und dann schauen. Okay, well that's exciting. Ich wäre super neugierig. Und ich habe schöne Jahre in WoW 2. Ja, ich auch, sehr viele. Die drei Leute in Overwatch 2 Team. So they're honoring of World of Warcraft and the legacy that it brings. There will be a new collab in September. We wanted to share tonight with all of you a sneak peek of the very first new skin. It's Widowmaker. And she's embracing her allegiance for the Horde as Sylvanas Windrunner. So be on the lookout for more details from the Overwatch team on that. Okay, thanks for bringing a little scoop along with you. That's fantastic. Now let's move to another franchise that has a big year. Diablo. Ich bin gespannt, was die ankündigen, warum die da sind. Ich bin gespannt, dass hier an Gamescom dieses Weekend ein relativ großes Panel haben wird. Hm. Weil irgendwas Neues muss kommen, oder? Der Grongshop hat mir auch gerade ein Diablo-Shirt geschickt. Ich frage mich, warum. We have, here's a look at our mercenary companions. So take a look on behalf of the vessel of hatred. Vielleicht deswegen, also den Trailer, den man schon kennt, der gut ist. Der ist gut. Ich weiß es nicht. Suffering. Offrückung. Desolation. Horror. Berlin. Holly schon wieder. This is the road we know in Sanctuary. However, some of us have taken a different path. Bound by secrecy. Ready to stand and fight for those who seek us out. My shield is your protection. There was a time we fought the vilest of Sanctuary. You fools get uglier and uglier. Until we were left with only our inner demons. But the return of hatred has pulled us back into the light. And though we now wait, watching from the shadows, we cannot escape who we are, why we fight. Please, no. Wir sind früher als offizielles Stream. Weiss. All the fury that burns within us. Das ist wild. Das ist ein Twitch-Stream vielleicht, ja. Ja, wahrscheinlich. Ja. I will not let you down. Stay back. See it. Shoot it. Free job maker. Catch. Strength in numbers. I am your guardian. I am your redemption. I am your vengeance. I am your rage. We are the pale hand. And we are the reason you need never fight alone. Ich habe keine Meinung. Ah, pre-purchase. Natürlich. Hm, natürlich. I am your viewer. Ich fand Path of Exile 2 irgendwo heißer. Es sah schon okay aus. Es war nur. Ich weiß, Diablo ist nix für mich. Ich habe es probiert. Eine Story durch. Fertig. Also bei mir, meins war gerade so ein außenstehender Kommentar. Also Path of Exile 2 würde ich mir installieren. Wird es rausnehmen. Ich glaube jeder. Jeder, der 3,3 Milliarden Gamer tut das. Ordinary people with extraordinary skills. that you can hire to fight alongside you in your battle against hell. We're also adding the Kuros to Undercity. An all-new multilayered Dungeon that gives you the control on the types of challenges you're going to see. As well as the rewards you may get. And we also have the Dark Citadel. Our brand new Co-op PvE Dungeon that challenges everything you know about Combat Diablo through a gauntlet of multiplayer multiplayer. We're talking about all of it right here at Gamescom. And so stay tuned if you want to see all the things you just see the vessel patron watching October 8th. And I hope to see every single one who will go to the floor all the way into the stuff. Thank you very much. So stay tuned. Wie dieses Emote mit dem Strichmund einfach so. Thanks, Brett. Alright, now we're heading to the hardcore action role-playing world of the first Berserker Kazan set for 2025 release. Intense combat meets breathtaking 3D cell animation in a brutal world from Nexon. Coming to PC and console, let's witness the chaos that awaits. The two wolves who defeated the beast will tear into the neck of the aged lion. For years, I faced unrelenting fury, made countless sacrifices. And the result of my diversion was betrayal. Warum spielst du nichts für Nexon? Äh, ist leider, also wirklich ein mehr privater Grund. Äh, ich hab jahrelang MapleStory gespielt. Ich liebe MapleStory. Oh, MapleStory. Ich hab jahrelang, die es laut Nexon gab, die man im Echtgeld-Cashshop sich hätte kaufen können. In so einer, in einem Cube, die durch Zufall rauskommt, dass es die niemals gab. Und damit haben sie jahrelang ihre Spieler angelogen, auch nicht. Und man weiß nicht, wo sie noch gelogen haben. Ähm. Was? Ja. Ja. Okay, versteh ich. Und deswegen, also spiel ich privat einfach nichts mehr von Nexon. Vollstes Verständnis. Das war ja auch ein vorröhnlicher Gripe gegen die Firma. Wie bei mir mit Big Fish. Ja. 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 Ich bin einfach sehr enttäuscht. Nach sehr vielen Jahren MapleStory. Liebe. Versteh ich. Ja, sie haben um die 470 Millionen Dollar gescammt. Jep. Okay. Hä? Die Verständnisse des Vergangenes sind Geschichte. Hier. Du regierst den Weg, Oh, der Mops. Geil. Die Katze. Es ist immer ein Tier dabei. Und wo ist es da? Die Schlange? Ne. Die Kopfhörer. Parasit. Ach, Ara war das, ne? Ja, ja, ja. Stand ja auch da. Ja, 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 ja. Das sah schon sehr geil aus. Das ist endlich ein Mobile Game. Ja, aber Dark and Darker? Ich glaube, das spielen... Das lieben viele, oder? Äh, ja. Hat auf jeden Fall große Player Base. Ja, ja, ja. Trailer ist cool. Ja, der sieht so geil aus. Hier, Dark and Darker ist mega cool. Oh, apropos mega cool. Erik, ich hab ne neue Serie auf Netflix für mich entdeckt, die ich mega gut finde. Und du wirst nicht glauben, was es ist. Es ist die Bill und Kaulitz-Doku. Die ist fantastisch. Oh, die wollte ich unbedingt gucken. Die wollte ich unbedingt gucken. Die soll super gut sein. Die ist unnormal gut. Ich liebe sie. Die ist so gut. Die ist so gut. Die ist richtig gut. Die ist großartig. Okay, gut. Ich dachte, ich muss mich schämen. Ich weiß, Staffel 2 wurde schon angekündigt. Ja, ja, ja. Oh. Float? Ja. Oh, okay. Float, okay. Das ist wirklich sehr Animal Crossing-like, ne? Ja, aber sieht gut aus. Es fehlt nur noch dieser Hurensohn von Bürgermeister. Hast du gegen den Kong Luke? Der ist richtig kacke. Hä? Das ist ein richtig... Der ist Kapitalist. Der ist aber so ein richtiges Arschloch-Kapitalistenschwein. Ja, Kapitalist halt. Du sagst es ja. Ja, ja, genau. Ich war okay. Was ist denn? Tom Luke ist ein Terengi. Ja, Mann. Ja, aber genau so. Okay, ich bin ehrlich. Das sieht wirklich süß aus. Das sieht richtig süß aus. Wenn ich das sehe, muss ich Dreamlight Valley auch mal wieder spielen. Das war auch sehr gut. Wenn ich das sehe, kriege ich Milcheinschuss. 20, 25, sah aber süß aus. Süß. Sah süß aus. All right, we got another game to show you, which will take you on an epic global adventure. Indiana Jones in the Great Circle. So, check this out. Ja, Mann. Gameplay. Zeig Gameplay. Ja. Und ein Deutsch. What if I told you there was a connection between ancient cultures around the world? A great circle. Does it exist? Is it the key to some lost power? That's up to you to uncover. Der große Kreis. Ich bin Troy Baker, und ich spiele Indie. Es ist übeling zu spielen, ein Charakter, so viele Leute, mich included, sehen. Als ein Kind, zu sehen, Indiana Jones in den Theater für den ersten Mal war ein defininger Moment für mich. Und ich hätte nie gedacht, dass alle diese Jahre später, ich wäre derjenige, die hat. Aber hier bin ich. Es ist ein Traum. Ein Traum. Ein Traum, das ich nicht erwarten kann, dass Sie leben für sich selbst leben können. Die Schönheit eines ersten Mal war so, dass wir alle fühlen, wie es ist, dass wir alle fühlen, wie es sich um Indie ist. Du bist derjenige, der die Kraft der Wind, der fühlt sich den Wert der ganzen Kugel und der Freude von finden, die alle klugen. Indie ist ein sehr unigster Charakter. Professor, ein Archeologer, ein Brawler, ein Explorer. Der Quintessenzial All-Around-Adventure. Und so. Und this game has everything you'd expect from an Indiana Jones Adventure. Mysterious artifacts, cunning Villains, ancient discoveries, hard-hitting action. Es ist ein had tractor aller deadline, an olden Pretty, wo man renntet und dann muss man sich nicht mehr um daran 먼 spoken cho , dass man Until01 hält. Das Great Circle durch die Welt herumlenkt. Was durchMichael Hebel justo im Dezertischen Wald sucht, dieタуры GRciendo in der Bayer Krugel tuckt. ırd экран, herrhythmus Und du kriegst mehr als nur die klassische Whip und Revolver. Indy's Journal und seine Kamera werden dich in den Mystery geben, um extra Info an all your finds, so you can appreciate all the little historical details he obsesses over. Und diese Details sind dein Ziel für die ancient Puzzles die die secrets you're after. Aber ancient secrets nicht einfach kommen. Es ist best to have an exit-strategy. Das ist eine unglaubliche neue Weise für die Indiana Giants zu erleben und ich kann nicht warten, dass du sie spielst. Halt auf deine Hand. Das sieht nicht gut aus, ein Welt der Geschichte zu erforschen. Aber du wirst wahrscheinlich fragen, wann das Spiel rauskommt, oder? Nun? Ich kann da nicht, ich kann da nicht am 10. An 10. September muss bingen. Am 10. September kommt die Serie, da kommt sie zu bretteln. Ich hab da keine Zeit. Ich hab da keine Zeit. Ist er bescheuert? Ist er bescheuert? Ja. Oh, noo. Oh, noo. Oh. Was? About Indiana Jones and the Great Circle. Ach so. Ja? Ach so. Ach so. Ja, das war... Okay. Jetzt muss noch ein Banger kommen. Das Ding von uns... ist ein Bruder. Was ist das? Gräuchery... und Bezitt... ...do nicht existen uns. Do you wish to commit yourself, your life, love, do this, family, Mafia? Ah, der emotionslose Erik ist gekommen. Oh, das ist immer 2024, cool. Okay, geil, geil. Ah, zeigen Sie mich, okay. Aber es wird ja die alten Mafia-Teil orientieren, ich hoffe, das ist ein Rappen auf Opening Night Live von hier in Cologne, Germany, und wir hoffen, dass Sie wiedersehen, dieses Dezember, Dezember 12, wenn die Game Awards streamen live, für unser 10. Anniversary Show, es wird eine sehr spezielle Nacht, als wir uns wissen, wo die Games sind in der nächsten Jahrzehnte, wir wollen jetzt nicht viel sagen, aber, glaub mir, es wird eine sehr spezielle Show. Also, danke für meine Co-host Schatz, hast du einen tollen Job gemacht? Vielen Dank, Jeff, es war wirklich toll, hier zu sein, ich hoffe, dass alle einen tollen Zeit hatten, und, kann ich auch sagen, was in Deutsch zu sagen? Let's do it. Ich will nicht, aber ich will euch nicht zeigen, aber... Vielen Dank, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt eine super, super Zeit und viel Spaß auf der Gamescom! Ja, ich auch! Well done, German, as opposed to mine, I'm learning. Alright, thanks so much, Schocks, thanks to everyone, enjoy Gamescom, have a great night! Sofort steht alle auf und gehen raus, was ist denn da los? Ja, die atmen nicht mal! Hä? Was ist denn mit den Leuten? Fand ich, wie viele Leute das dieses Jahr waren, das waren echt viele Leute. Das war wirklich voll, das war wirklich voll. Ja, kam Borderlands? Ja, Borderlands 4 Ankündigung war da. Jaha, Baby, Borderlands 4. War direkt der Opener. Oh yeah, oh yeah. Ja, ja geil, das war geil. Puh, 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 puh. Baby, das war sexy. Das war sehr schön, ich hätte hier noch eine Stunde sitzen können und weiter gucken. Ehrlich, ja, ehrlich, ja, das war schön. Nice. Danke. Bis zum nächsten Mal.